Nicht so plötzlich starten. Ihr könnt doch schneiden. Das schneidet nix. Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Jahresrückblick 2017 Video. Ich dachte mir... Wird es wahrscheinlich nicht hören, aber hinter mir plätschert es ein bisschen, weil wir ein Loch haben in der Decke oder so und es da rein geflutet. Ich dachte mir, das hat noch niemand gemacht, so ein Video. Und deswegen dachte ich... Was ist denn los mit dir? Was bist du für ein schlechter Kameramann? Ich dachte mir, ich mach mal so ein Rückblick Video. Da ich mich aber nicht weiter daran erinnern kann, als an die letzten drei, vier Tage, ist es ein bisschen schwierig bei mir. Und deswegen... könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, euer Highlight 2017 auf diesem Kanal. Für mich war eines der Highlights auf jeden Fall das Arena Battle 2. Das war top, Alter. Dankeschön dafür. Küsschen. Und... Ja... Das war auch schon. Nein, es gab viele tolle Momente mit euch. Ich bin euch sehr dankbar. Wenn ich könnte... Würde ich euch diesen Volleyball für machen. Dann kommt mal wieder eine Folge Challenge Me. Challenge Me wird nie wieder kommen. Aber ich werde jetzt diesen Ball in den Korb für euch werfen, okay? Macht die Kamera... Kippst sie ein bisschen. Nicht... Nein. Einfach nur ankippen. So ist perfekt. Hier Leute, für euch! Der war drin. Wuhu! Ja, ähm... Ich hoffe ihr habt ein schönes... Schönes Shortlesplay haben. Ich hoffe ihr habt einen schönen Rutsch ins Jahr 2018. Ich hoffe ihr genießt Weintrauben. Und... Mh... Im Jahr 2018 wird es auf diesem Kanal... mehr Lifestyle geben. Also mehr solcher Vlogs. Ich zeig euch meine Einkäufe und so. Ich geh zwar nicht einkaufen, aber... Ja... Deswegen dachte ich machen wir das jetzt auch einfach schon mal. Ja... Ich habe mir diesen Ball gekauft. Das ist ein blauer Ball. Und für euch werde ich den jetzt in diesen Korb werfen. Ja, man... Ja, so ist perfekt. Hier Leute, für euch! Außerdem... Was ich ebenfalls noch gefunden habe... Oder gekauft habe... Ja... Ist dieser Ball... Der nennt sich Medizinball. Und das Besondere... Was da... Was... Das Besondere an diesem Ball ist... Das hier... Freunde... Das ist die... Reine Haarfüllung. Könnte sein, dass es spiegelverkehrt ist... Ihr weiß es nicht. Und für euch... Werde ich den jetzt in diesen Korb werfen. Okay? Seid ihr bereit? Soll ich veressen? Ich bin mir nicht sicher. Für euch Leute, für euch. Ich weiß nicht... Die Lose geht kaputt dann. Okay... Das ist gut. Na... Getroffen. Und... Ich hoffe... Euch hat dir dieses Video gefallen. Das war kein Deutsch gerade. Ähm... Und ja... Da hab ich sie höher. Man soll nicht meine Brust sehen. Ja... Perfekt. Das ist geil. Ja... Ja... Wir sehen uns... Am nächsten Mal wieder. Ähm... Vielen Dank für alles. Und... Ich werde noch ein bisschen die Zeit genießen. Hier. In Bayern. Wir waren heute in Österreich. War voll krass. Könnt ihr auf Twitter sehen. Bilder davon. Abonniert alle Michi. Abonniert die Voise auch. Da ist Michi. Michi was hast du zu sagen zu diesem Kanal? Ich hab abonniert, aber schau nicht an. Das ist gut. Das finde ich super. Da hinten sitzt Fipsi. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Hallo. Ich muss da lang filmen. Hä? Alter, wir haben voll die fälle Frontkamera. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Hallo. Fipsi, was sagst du zu meinem Kanal? Hallo. Hallo. Er sagt, es ist gut. Ich liebe euch alle. Da muss ich reingucken. Und ähm... Ja. Freude aufs Jahr 2018. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Küsschen. Und ich werde jetzt für euch noch ein bisschen zacken. Wenn das okay ist. So. Ich werde jetzt... Warte mal. Wo ist die denn? Da ist diese Weintraube. Ich werde sie jetzt einfach aufsacken. Okay? Nur für euch. Ich habe sie aufgesackt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.